Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich hab heute wieder... AAAAAAAAHHHHH AAUH, EMI Du bist so dumme Meine ganze Hüfte an der Seite tut weh Anscheinend sind wir heute doch nicht so alleine Spaß beiseite, wir sind wieder zurück und wir werden etwas ganz ganz großartiges heute kochen Denn wir kochen das größte Milky Way Wer kocht mal Milky Way? Och nein, man kocht es nicht, was macht man denn sonst damit? Wir backen sie auch nicht Ich erzähle euch jetzt erstmal kurz die Background-Story im Live Denn wir haben so viele Milky Way von euch zugeschickt bekommen Dass wir einfach nicht mehr wissen wohin damit Deswegen haben wir jetzt so viele davon Ui, dass wir uns überlegt haben Das größte Milky Way der Welt zu kochen WOOOOOO Wir haben uns übrigens auch dieses Ding bestellt Das ist besonders geil Denn darauf kann man kochen Warte mal warum ich das jetzt bestellt habe Zum Baum machen Von? Den Sachen Genau, wir machen unsere Sachen warm Iiiii, riech mal Das riecht wie Karotten oder? Ich bin voll gespannt wie das Ding so weh ist EMI, hilf doch mal Och man Das ist unser neuer Kocher Wir brauchen den überhaupt noch gar nicht Ich habe mir über die letzten Tage Gedanken darüber gemacht Wie wir es überhaupt schaffen können, dieses Milky Way zu kreieren Deswegen habe ich eine Taktik entwickelt Ok Also als erstes ist es notwendig, dass wir alle Milky Ways aus der Verpackung rauskriegen Ok? Iiiii, wie alt ist das denn? Naja egal Wenn wir das nicht hinkriegen, dieses Milky Way zu machen Wir haben keinen Backup Plan Das heißt, das muss funktionieren Iiiiii Wow Egal Okay, wir haben alle unsere Milky Ways jetzt hier auf dieser Platte Es sieht kräftig EMI NICHT, warum machst du das denn jetzt? Mann, das ist zu dumm Wir möchten das größte Milky Way machen Und guck mal wie wenig wir haben Wir haben jetzt hier zwei Schüssel In eine Schüssel kommt die Schokolade In die andere Schüssel kommt die Füllung, ok? Jetzt müssen wir im Endeffekt alles hier abschneiden Aber versucht, dass die Schokolade auch wirklich abgeschnitten wird Und nicht zu viel Füllung Mann, von der Füllung ist jetzt zu übrig Ich glaube das geht am besten, wenn die Eiskarzen Hm, bringt uns jetzt gerade nicht so viel die Erkenntnis Da muss ich aber noch mal schnell einen Kaffee kochen gehen Ne Mama, wir drehen jetzt Nein Mama, du wolltest einen Kaffee machen Und was machst du jetzt? Jetzt, Mama Ja, du wischst einen Boden mit einem Lappen Endspurt Och, warum denn so ein Riesentopf bist du dumme Du meinst das Nein, ein kleiner Topf Da passt es doch auch rein Nein Hol jetzt einen kleinen EMI, der ist viel zu groß der Topf Ist er nicht EMI, nein, wir backen doch keine Suppe Wir kochen Wir kochen auch keine Suppe Wir kochen Milky Way Leute, wir haben es endlich geschafft Wir haben alles von der Öde, von der Spreu getrennt Wie sagt man das? Die Spreuse von der Streu Die Öse von der... Öse Wir haben auf jeden Fall die Schokolade von der Füllung jetzt getrennt Jetzt wird es Zeit es einzuschmelzen Deswegen brauchen wir unser Bakery Stuff 3000 Das ist er? Ja Ich glaube jetzt müsste es an sein Ich habe es auf Max gestellt Max steht für Maximilian Wir müssen das jetzt mit einem Wasserbad machen, EMI Wie willst du das mit einem Wasserbad machen? Ja, deswegen habe ich ja gesagt Was? So, jetzt haben wir hier unser Wasserbad Das heißt, unser Wasser muss jetzt erstmal erhitzen Übrigens, so sieht das aus EMI Was ist das denn? Ja, Mann, du kannst doch nicht mal aufpassen Du hättest doch mal auffangen können Irgendwie geil, oder? So ein Ball nur aus Fülling Aus Fülling Das Wasser dampft schon, sehe ich gerade Das heißt, gutes Zeichen Okay, wollen wir es einfach schon mal rein machen? Es stinkt so nach Karol... EMI! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Und jetzt? Ich krieg's nicht raus, glaube ich EMI es dampft und es ist wach EMI! Was mach ich jetzt? Scheiße, Scheiße, es ist Wasser im Klumpen Stell den Klumpen zuerst raus I, der verflüssigt sich EMI, der verflüssigt sich AAAAAAAAHHHH EMI, mach mal was I, nimm's mir ab, schnell Gib mir ne Schüssel EMI, gleich ist alles versaut OHAAAA Das tanzt Sieht doch Sieht aus wie so ein Stück Schleim, was wabbelt Mann, EMI, ich bin voll nass Es schwimmt alles, EMI, hier Sofort du dich hinsetzt, kannst du auch einfach mal mithelfen Toll, das ist hier alles nass Weißt du, was jetzt passiert? Meine Socken werden nass bis zum Fuß Oh Mann, EMI, das wird voll eklig alles Nicht EMI! Er zwingt's doch nicht Der muss sich erstmal entspannen Mann, wieso? Doch, Mann! Das sieht voll eklig aus in dem Wasser Das sieht so aus wie das die Kotze mit Wasser vermischen Vielleicht hätten wir doch einfach die Mikrowelle benutzen sollen Jaa Warum hast du das überhaupt gemacht? Weil ich unbedingt so ne Hartplatte haben wollte Oh, ich glaub das Wasser kocht Oder der Topf Oder die Schüssel Was passiert, wenn man Keramik zu heiß wird? Verplatzt das dann? Blib's runter, mach's aus EMI, ich hab Angst, es wird voll laut EMI Hör auf, mach's aus Oh Scheiße, wenn das jetzt wirklich gleich explodiert Dein Wasser aus EMI Was haben wir da nur erschaffen? Okay, wir müssen jetzt erstmal die Schüssel aus dem Ding kriegen Wir heben das jetzt raus zusammen Aber vorsichtig, ne Wir dürfen nicht das Gleichgewicht verlieren Hier langsam 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 Oh, es ist so heiß, es ist so heiß Lass es nicht da stehen, EMI Halt du das EMI, wenn das jetzt in das kochende Wasser fliegt Das ist unser ganzes Video im Arsch Nee, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's Nein, EMI Wir sind ohnehin Mann, ich hab mir das alles anders vorgestellt Das ist wirklich die Scheiße Okay, ich glaube langsam kriegen wir eine flechmäßige Masse Mit Bröcken Schmeckt jetzt wie Vertus Original Ich hasse Vertus Original Das Zeug ist jetzt flüssig AF Und deswegen werden wir jetzt Mehl drauf streuen Und dann werden wir versuchen, mit dem Mehl das zu kneten Wir haben gemerkt, es hätte nicht funktioniert Deswegen haben wir unseren Teig jetzt in die Kühlschuhr gestellt Inzwischen Zeit, während wir warten, spielen wir ein kleines Spiel Choco-Choco-la Choco-Choco-dee Choco-la Choco-dee Choco-la-dee AHHHHH Was haust du mich denn? Na, was haben Sie für ein Problem? Ich hab Eier Kommen Sie rein in unser Haus Führen Sie jetzt den neuen Duft ein Wenn Sie einmal einführen, dann riechen Sie sich immer danach Sie kriegen so ein Ding, so groß Da können Sie ihr Lieblingsduft drauf tun Dann führen Sie das ein Und dann riechen Sie Und dann riechen Sie Und dann auch Mehl hat Kalorien Hm, viele Wir haben es geschafft Hier ist unsere Füllung Und die müssen wir jetzt so kneten, dass sie ein Milky Way wird Bist du ready im Leben? Ja! Das klebt Du King Emi Mann, wie sollen wir das jetzt hier rauskriegen? Das ist doch alles für ein Arsch Wo sieht denn das aus wie ein riesiges Milky Way? Wir wollten das größte der Welt machen und nicht ein bisschen größer Es wird eine immer ansehbarere Masse Schaut doch mal, das ist reinste Milky Way Füllung Es wird Zeit, Maximilian wieder hervorzuholen Hier ist unser Top voller Schoko Das riecht voll nach Wurstsuppe Gar nicht! Das riecht nicht wie Wurst Das riecht voll nach Wurst Guck mal, das ist wie so ein Kuchen Das riecht auch schon wie Kuchen Aus Wurst Hilf mal beim Rühren Was willst du denn da rühren? Ja, sonst wird es Kuchen, wenn du nicht rührst Willst du Kuchen? Wenn jetzt hier Kuchen draußen wird, Emi, weißt du was dann Ah, ist das heiß Das sieht jetzt aus wie Schokoeis, oder? Ah, ist das heiß Warum ist das so eklig? Boah, wie das stinkt Das ist ja abnormal, ey Das sieht richtig ekelhaft aus Als würde das Schokolade mit Öl sein, ne? Nee, das sieht aus wie Kacke Wie, guck mal, das hört sich auch an wie Kacke Hör mal, wenn es plumpst Das hört sich eins zu eins an wie Kacke Oh, das sieht aus wie richtig cremiger Schiss Wie Kacke mit Öl Ah, das ist heiß! Nein, der Löffel ist drin! Emi, der Löffel ist in der Kacke Oh, iii, da ist ganz dran wegen dem ganzen Kackeöl Wir lassen das jetzt erstmal hier so sein und stellen das zur Seite, oder? Währenddessen formen wir jetzt schon mal unsere Füllung Oh, ist das ja steinig Ist das steinig? Und schwer Ist das steinhart, Emi? Nein, der Löffel ist drin! Guck mal, der Löffel ist wie sauber Ah, ist das heiß! Oh, nein, es wird Kuchen Das war so schön, Jules Ja toll, siehste bald du Ok Leute, Update Wir haben jetzt hier unsere Füllung Die aussieht wie ein Goldwaren Aber sobald man die in Ruhe lässt Verflüssigt die sich Das ist wie als würde die leben Mach die Schokolade drüber Man, das kann doch jetzt nicht sein Warum kann man das denn streicheln damit? Wir nehmen das jetzt einfach so Und machen das da drauf Guck mal Ich glaube, die machen da irgendwas rein Dass es keine Schokolade mehr ist Sondern so ein öliger Scheiß Emi, guck mal, was ich jetzt getan habe Nein, ich hab sie jetzt komplett zerstört Ist das wieder rausgekommen? Ja, sie ist aus wie ne riesiger Kackhaufen Emi, wir müssen das retten Das darf nicht so enden wie sonst Ich hab mir immer vorgestellt, dass das was wird Die ganzen Tage, wo ich das mir ausgedacht habe Nein, nein, nein Warum kann man das denn so formen? Emi, wir müssen das essen Ich hasse Lebensmittelverschwendung Aber das hier geht gar nicht Mann, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr, Emi Das ist nicht das größte Milky Way Das ist der größte Scheiß Wir müssen jetzt ne Taktik uns überlegen Wie wir das mobilisieren Mit Rädern Mann, es wird immer schlimmer hier Was ist für ne Scheiße Mann, ich wollte den Milky Way haben So Es ist in der Form drin Wo kommt alles her? Es wird immer mehr Vielleicht hätten wir einfach warten sollen Auf was? Wir hatten so viel Schokolade Guck mal, wie viel von der Schokolade übrig geblieben ist Sieht hier drin überhaupt nicht aus wie ein Milky Way Sieht auch noch nie aus wie ein Milky Way Wir haben es voll verkackt, oder? Wir haben richtig hart reingeschissen Okay, wir holen das jetzt erstmal hier raus Ohaah Schau doch So ein bisschen sieht es doch so aus, oder? Ich erklär dir jetzt, was ich absolut nicht hier dran verstehe Wieso ist auf einmal die Füllung außen und die Ummatelung drin? Inwie das macht überhaupt keinen Sinn Auch wenn es nicht so geil schmeckt Aber vielleicht schmeckt es ja gut Deswegen testen wir es jetzt Okay, ich hab's durch Bist du gespannt auf das Innenleben? Es ist nur Schokolade Und ich schneide die mal ein Stück ab, ja? Uh Auf die Plätze, fertig, los Mhh Schmeckt wie Brezel Boah Es schmeckt wie Brezel Ja Leute Wir sind jetzt einfach mal optimistisch Sieht doch wirklich fast aus wie ein Milky Way Nur, dass die Füllung jetzt außen ist Und die Der Rest ist in Schreibt mir doch mal in die Kommentare Ob ihr dieses Milky Way noch essen würdet Wir würden es gerne tun Denn das schmeckt super lecker Mhh Wenn euch das Video gefallen hat Und ihr Spaß daran hattet Wie wir richtig rein scheißen Dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben Wir würden uns da sehr drüber freuen Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt Und dann würde ich auch schon wieder sagen Sehen wir uns bald wieder!